Ja! Komm schon! Bist du bereit, Torch? Hol es! Ja! Guter Junge! Lass uns einen Gang höher schalten! Komm Torch, wir haben zu arbeiten! Hallo Team Toolbox! Wir haben ein Problem am Giant Bean. Real Elephant dreht durch! Er begann ein Loch zu graben, wie er es normalerweise tut. Aber dann machte er einfach weiter. Jetzt kann er nicht mehr aufhören. Team Toolbox! Ihr müsst Real Elephant stoppen, das gesamte Gebiet von Giant Bean in Schweizer Käse zu verwandeln! Anima Watch! Check! Anima Tool kontrolliert! Bist du bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Team Toolbox kommt! Team Toolbox kommt! Team Toolbox kommt! Torch? Torch! Please do etwas! Torch! Please do etwas! Ist okay, Kumpel. Alle für einen und eine für alle. Was für eine harte Nose. Ich glaube, wir brauchen hierbei etwas Hilfe. Anima Bot, aktiviert! Anima Bot, close! Anima Time Anima Bot... Anima Bot... Oh, gracias! Hier kommen unsere Freunde, um uns zu helfen. Gib alles, Kumpel. Hä? 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 Wow! Mach den gefangen! Hä? 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 Aha, ich kann es nicht glauben. Großartige Arbeit. Denkst du, was ich denke, Totsch? Haha. Hä? Woha! Team Toolbox, Auftrag ausgeführt. Lass uns einen neuen Trick probieren. Juhu! 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 Ja! Los geht's! Großartiger Ort zum Landen! Hm, ich habe eine Idee! Das sollte funktionieren! Juhu! Hm, vielleicht doch nicht so nützlich! Ah! Na also! Oh nein! Es ist gefährlich hier oben! Oh! Hä? Toad, du warst uns! Hm! Zeit, die Anima Watch zu benutzen! Anima Watch aktiviert! Anima Pop! Close! Anima Watch 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 Hallo, mein Freund! Wir brauchen deine Hilfe! Anima Watch Anima Watch Anima Watch Fangen wir an! Lass uns beilen! Das ist unglaublich! Hahahaha! Hehehe! Haha! Helfen tut nie weh! Hm! 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 Hehehe! Hehehe! Ah! Hm! Hm! Juhu! Es ist Spielzeit! Sei bitte vorsichtig mit deiner Kraft! Na also! Gut gemacht! Schlag ein Torch! Gemeinsam reparieren! Freunde für immer! Ja! 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 Komm Torch, wir haben zu arbeiten. Komm Torch, wir haben zu arbeiten. Komm Torch, wir haben zu arbeiten. Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja, los geht's! Fertigmachen zum Loftentorch! Juhu! 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 Das war knapp! Hey da! Mach dich gefasst! Lass uns reparieren! Juhu! 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 Ja! Tatsch! Dummer Hund! Ich muss vorsichtig sein! Nein. Oh! Oh! Was machen wir? Was machen wir? Oh! Okay. Anima Botch, aktiviert! Anima Botch, close! Hallo! Wir brauchen deine Hilfe! Komm, lass es uns retten! Keine Sorge, wir kümmern uns um dich! Team Toolbox kommt! Wow! Das sollte funktionieren! Mach dich gefasst! Mach dich gefasst! los, los, los! Oh, oh! Halt' auf! Großartige Arbeit! Was für ein Abenteuer heute! Team Toolbox, am Draht ausgeführt! Mach es langsamer! Skippidu! Ja, Tatsch! Der war uns! Bereit, Kumpel? Yum, yum! Hol es! Okay! Beilen wir uns! Komm, Tatsch! Wir haben zu arbeiten! Hallo Jungs! Frohes Thanksgiving! Wheel Elephant hat versucht, den perfektesten Kürbis für den Kuchen zu finden! Aber schau dir diese riesige Kürbisbestie an! Sie ist selbst für das stärkste Animaka viel zu groß! Der arme Wheel Elephant hat seine Schaufel gebrochen! Und jetzt wird er nicht mehr ohne den Kürbis nach Hause kommen wollen, um den du ihn gebeten hast! Jetzt braucht Wheel Elephant deine Hilfe! Du musst seine Schaufel reparieren und eine Lösung finden, um diesen Kürbis nach Hause zu tragen! Anima Watch! Check! Anima Tool kontrolliert! Bereit für ein bisschen Aktion, Tatsch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Fertigmachen zum Landen, Tatsch! Jaha! Fahren macht so Spaß! Schieß! Ich hab' es fast getroffen! Ich hab' es fast getroffen! Hm... 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 Hallo, mein Freund! Keine Sorge. Ist okay, Kumpel. Ich denke, es wird dir jetzt besser gehen. Gleich locker. Nein, nein, nein. Guter Junge! Sieht so aus, als bräuchten wir Hilfe, richtig? Anima Botch aktiviert! Anima Botch, close! Anima Botch! Anima Botch! Hier kommt unser Freund, um uns zu helfen! Großartig! Meilen wir uns! Fangen wir an! Gib alles, Kumpels! Geht's dir gut? Was für eine harte Nuss! Bitte immer um Hilfe, wenn du in Not bist! Komm schon, wir werden das hinbekommen! Team Toolbox versagt nie! Hum, hum hum! Gemeinsam reparieren, Freunde für immer Oh! Aha! Willst du eine Rennung packen? Ja! Los geht's! Oh ja! Ha 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 ha! Komm Skippidu! Wir haben zur Arbeit! Danke Kumpel! Torch, schnell! Gehen wir! Komm Torch, wir haben zu arbeiten! Hallo ihr beiden! Wir haben ein Problem bei Martel Rock. Ihr beiden wisst ja, dass Tructle manchmal unüberliegt handelt. Tructle ist auf der Spitze von Martel Rock und schafft es nicht herunter zu kommen. Und höchstwahrscheinlich hat er Höhenangst. Anima-Wood! Check! Anima-Tool kontrolliert! Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Wir müssen schneller werden! Es ist glitzig! Ich muss aufpassen! Hab keine Angst! Alles wird gut werden! Das sollte funktionieren! Anima-Tool gleich Supertool! Das ist gut! Bis zum nächsten Mal, Torch! Das ist gut! Oh, keine Sorge. Ups. Oh, nein. Wow. Nein. Oh. Ich habe eine Idee. Lass uns ein paar Freunde rufen. Anima Bot aktiviert. Anima Bot, los. Los, los, los. Wir müssen schneller werden. Ich habe eine Idee. Team-Arbeit ist die beste Arbeit. Lass uns konzentriert bleiben. Oh. 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 Bleib locker. Große Arbeit. Team-Arbeit ist immer. Team-Toolbox. Auftrag ausgeführt. Oh, Torch. Wir schaukeln. Hä? Oha. 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 Willst du ein Rennen fahren? Hm. Yee. Ja. Los geht's.